Ich bin Thomas Wippes, Studiengangsleiter für Kommunikation und Medienmanagement Bachelor of Arts sowie des Bachelorstudiengangs Online Marketing an der SRH Fernhochschule The Mobile University. Ich möchte mit Ihnen über das spannende Thema Branding und Performance Marketing sprechen. Sie wollen wissen, wie diese beiden Konzepte zusammenhängen und gemeinsam zum Markenerfolg führen können. Um zu verstehen, wie Branding und Performance Marketing zusammenwirken, müssen wir zunächst die beiden Begriffe definieren. Branding bezieht sich auf den Aufbau und die Pflege einer Marke, während Performance Marketing auf die gezielte Messung und Optimierung von Marketingmaßnahmen abzielt, um messbare Ergebnisse zu erzielen. Eine starke Marke ist von entscheidender Bedeutung für Unternehmen, dass sie Vertrauen aufbaut, Kundenbindung fördert und Wiedererkennungswert schafft. Branding konzentriert sich auf die emotionale Verbindung zwischen einer Marke und ihren Kunden. Hier geht es darum, die Werte, die Persönlichkeit und den Zweck einer Marke zu kommunizieren. Dies geschieht durch gezielte Markenbotschaften, visuelle Gestaltung und die Schaffung einer einzigartigen Markenidentität. Doch allein mit einem starken Branding ist es schwer, messbare Ergebnisse zu erzielen. Hier kommt das Performance Marketing ins Spiel. Es konzentriert sich auf die konkreten Ziele einer Marketingkampagne, wie beispielsweise die Steigerung von Website-Besuchern, Leadgenerierung oder Umsatzsteigerung. Es basiert auf einer datengetriebenen Herangehensweise, bei der die Effektivität von Marketingmaßnahmen gemessen und optimiert wird. Die Verbindung von Branding und Performance Marketing ist entscheidend für den Erfolg einer Marke. Ein starkes Branding schafft die Grundlage für eine starke Präsenz am Markt und erzeugt Vertrauen bei den Kunden. Performance Marketing sorgt dafür, dass die Marketingmaßnahmen gezielt und effektiv eingesetzt werden, um messbare Ergebnisse zu erzielen. Um das volle Potenzial auszuschöpfen, müssen Branding und Performance Marketing Hand in Hand gehen. Sie sind keine separaten Konzepte, sondern sie ergänzen sich und bilden eine synergetische Einheit. Ein starkes Branding liefert die emotionale Verbindung, die Kunden langfristig bindet, während das Performance Marketing die messbaren Ergebnisse aufzeigt, die das Wachstum und den Erfolg einer Marke vorantreiben. Denken Sie also Branding und Performance Marketing immer gemeinsam!